Wir schreiben das Jahr 1996. Das Rödelheim-Hartreim-Projekt ist Alleinherrscher der deutschen Sprechgesangsszene. Einige der früheren Konkurrenten jedoch haben Betätigungsfelder gefunden, in denen sie, nicht ohne Erfolg, nach wie vor in großen Sälen auftreten können. Liebe Narren und Narrenerlese, draußen stehe ein paar Räpper. Ist es die da, die da am Eingang steht, oder die da, die Mette Kopf verdreht? Alles, was ich weiß, ich hab'n Grün aus Weiß. Ich hab schon oft gesessen, das macht mir nix aus. Bei so'n Kackleben bleibt es nett aus. Gehst du eigentlich mal bitte in der Heimat? Wohin? Nach Rheinberg, wo ist meine Heimat? Es geht hier, und das will ich nett bestreiten, um der Austausch von Körperflüssigkeiten. Gehst du eigentlich? Vielen Dank.